Wer viel Wert auf ein komfortables Laufshirt legt, ist mit der Mizuno Run gut bedient. Wenn du es trägst, können die nächsten harten Trainingseinheiten ruhig kommen. Das Shirt besteht aus der leichten, atmungsaktiven Dry Light Faser. Schon beim ersten Überziehen überzeugt es spürbar mit seinem hautfreundlichen Material. Die Feuchtigkeit vom Körper wird aufgenommen und nach außen transportiert. Und so bleibt das locker-leichte Tragegefühl erhalten. Durch die scheuerarmen Flachnähte können auch bei hoher Belastung keine Reibungspunkte entstehen. Eine spezielle Materialschutzschicht verhindert einen zu schnellen Verschleiß des Shirts und erhöht somit die Lebensdauer. Die beiden Mizuno-Zeichen haben eine reflektierende Wirkung. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei, das Shirt kannst du in verschiedenen Farben auswählen. Das Mizuno Run Shirt ist eine gute Wahl für deine Trainingseinheiten, egal ob im Indoor- oder Outdoor-Bereich. Du erhältst es gemeinsam mit den Hosen der Kollektion in deiner Runnerspoint-Filiale oder bestell es direkt hier bei uns im Online-Shop unter www.runnerspoint.com www.runnerspoint.com Untertitelung des ZDF, 2020